Falls du auf der Suche nach schöner Kleidung bist für den Frühling, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich war bei Uniqlo unterwegs und habe meine Top-Favoriten rausgesucht, die ich dir im heutigen Video gerne vorstellen würde. Und bevor wir viel Zeit verlieren, lasst uns direkt loslegen. Für die unter euch, die Uniqlo nicht kennen, das ist meine Top-Adresse, wenn es um gute Basics geht. Ich kaufe dort schon seit knapp 10 Jahren ein und die Qualität der Kleidung ist noch fast wie an Tag 1 und deswegen eine riesengroße Empfehlung, falls ihr den Laden nicht schon mal abgecheckt habt, das unbedingt zu tun. Außerdem feiert Uniqlo 10-jähriges Jubiläum in Deutschland und dazu gibt es ein paar sehr coole Angebote und Aktionen, welche ich unten für euch in der Infobox verlinkt habe. Deswegen schaut da einfach vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und alle Teile, die ich euch im heutigen Video vorstelle, findet ihr ebenfalls unten in der Infobox verlinkt. Wir starten das Video mit einem der wichtigsten Artikel, die ein Mann unbedingt in seinem Kleiderschrank braucht und zwar Basic-T-Shirts. Wir haben einmal ein normales Basic-T-Shirt, das ist das Aerism-T-Shirt und wir haben das Ganze noch in der Oversized-Version, was ein fast schon ikonisches Piece ist, was ihr auf Social Media sicherlich das ein oder andere Mal gesehen habt, dass alle davon schwärmen, weil die T-Shirts auch wirklich sehr stark sind. Die normalen Basic-T-Shirts, wie gesagt, die habe ich schon seit fast 10 Jahren in meinem Kleiderschrank und sie sind immer noch wie an Tag 1, weil die Qualität ist einfach bombastisch. Deswegen absolute Empfehlung. Der Fit ist super, sitzt am Kragen, schön an den Armen, wie ein Basic-T-Shirt halt sitzen sollte. Wir haben eine sehr schöne Farbauswahl und wem das zu Basic ist, dem empfehle ich das Oversized-T-Shirt. Wer es gerne ein bisschen lässiger tragen möchte für den Sommer, schaut da gerne vorbei. Auch hier gibt es eine riesige Farbauswahl und auch hier muss ich sagen, der Fit ist einfach schön, weil es so ein bisschen kürzer geschnitten ist, nicht so überlang und deswegen auch das eine Riesen-Empfehlung. Dann habe ich noch Looks für euch vorbereitet und der erste Look basiert auf dieser Chino-Hose. Allgemein muss ich sagen, die Uni-Clo-Hosen haben wirklich eine sehr, sehr geile Passform. Es gibt normale Passform, es gibt weite Passform. Dann gibt es noch die 7-Achtel-Hosen, die so ein bisschen kürzer geschnitten sind, welche ich sehr gerne trage. Und das hier ist eine Chino mit einem, ich würde sagen, Slim Regular Fit, welche übertrieben gut sitzt. Also da empfehle ich, eure reguläre Größe zu nehmen. Ich finde die Farbe hier sehr schön, ist so ein Off-White-Beige, gerade jetzt für die wärmeren Monate absolut passend. Und das Ganze habe ich erst einmal kombiniert mit einem weißen Basic-T-Shirt und weißen Sneakern. Und ihr seht direkt, das ist einfach schon ein fertiger Look, den ihr im Frühling, Sommer einfach super gut tragen könnt. Nicht viel Schnickschnack, ganz Basic gehalten, aber ein Look, der über die Jahre einfach immer funktioniert und wirklich cool ist. Damit macht ihr nichts verkehrt und das ist Look Nummer 1. Als Ergänzung haben wir dieses blau-weiß gestreifte Hemd. Das trage ich in der Größe M und auch das ist etwas, was ich für den Frühling, Sommer unbedingt für eure Basisgarderobe empfehle, weil es einfach immer schön aussieht. Gerade mit so Farben wie Off-White, Beige, Weiß sieht es einfach sehr gut aus, lässt sich super gut kombinieren. Und deswegen braucht ihr sowas in eurem Kleiderschrank. Ich finde hier die Passform wirklich sehr gelungen. Es sitzt schön lässig, locker, wie es sitzen sollte und das Material ist auch überaus angenehm und deswegen eine absolute Empfehlung von mir. Dann möchte ich euch noch einen zweiten Look ans Herz legen, der auf Basis der Chino-Hose ist und zwar mit diesem Merino Langarm-Polo-Shirt. Auch die Teile liebe ich übertrieben von Uniqlo. Passform super, super gut. Ich trage hier auch eine Größe M, gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde aber dieses Oliv-Grün-Kaki sehr, sehr gelungen und auch hier seht ihr in Verbindung mit dieser Off-White-farbenen Chino-Hose funktioniert das einfach sehr gut. Ist nicht nur unbedingt für den Frühling, Sommer, sondern auch für den Herbst geeignet. Hier diese Merino-Wolle, ein sehr schönes Material, ist wirklich dünn und leicht, deswegen kann man das zu wärmeren Monaten tragen. Aber man könnte es auch im Herbst sehr gut tragen. Eine weitere Farbe, die ich auch im Kleiderschrank habe, ist zum Beispiel Navy Blau, die auch sehr zeitlos ist und auch beispielsweise zu dem Off-White oder zu Beige oder zu anderen Farben einfach sehr gut kombinierbar ist. Und deswegen auch eine absolute Empfehlung, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Wir machen weiter mit dem nächsten Look und der ist von der Farbkonstellation relativ ähnlich. Der einzige Unterschied ist, wir haben hier eine Leinenhose, also es ist jetzt ein Cotton-Leinen-Mix. Wirklich sehr angenehmes Material, gerade jetzt für die wärmeren Monate Leinen, atmungsaktiv und deswegen einfach absolut zu empfehlen. Baumwolle ist eh sehr schön atmungsaktiv und im Mix ist dieses Material wirklich sehr zu empfehlen, weil dadurch, dass Cotton mit drin ist, knittert das einfach nicht so extrem. Ihr wisst ja, Leinen ist sehr knitteranfällig, was leider nicht zu vermeiden ist und deswegen in der Konstellation mit Cotton auch ein sehr schönes Material. Absolut zu empfehlen. Ich finde die Passform hier sehr schön, ist so ein bisschen lässiger geschnitten. Ich finde Leinenhosen müssen auch einfach ein bisschen lässiger sitzen. Wenn ihr das Outfit jetzt bei mir seht, stellt euch das Ganze einfach irgendwo im Süden vor, am Strand. Am besten noch irgendwelche Latschen dazu und dann würde das wirklich sehr, sehr gut aussehen. Natürlich kann man das auch mit Sneakern tragen, aber primär finde ich so Leinenkleidung eignet sich einfach immer für den Urlaub. Da denke ich einfach immer an Süden, da passt es einfach besser hin als hier in Deutschland. Und dazu haben wir noch dieses Leinenhemd hier in einer sehr schönen Farbe, wie ich finde. Hier haben wir jetzt 100% Leinen und die Hemden von Uniqlo kann ich euch einfach nur empfehlen. Auch die trage ich schon seit super vielen Jahren. Ein sehr schönes Material. Ich glaube, preis-leistungstechnisch werdet ihr woanders schwer eine ähnlich gute Qualität finden, weil die ist echt super. Auch die habe ich schon seit Jahren im Kleiderschrank und die hat sich einfach bewährt. Man hat eine sehr schöne Farbauswahl und eine sehr schöne Passform, wie ich finde. Auch hier trage ich wieder eine Größe M. In der Hose trage ich auch eine Größe M, wie eigentlich immer bei den Sachen von Uniqlo. Und ich finde die Farbkonstellation auch hier gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Sieht jetzt so ein bisschen sommerlicher aus. Ich weiß, wenn man jetzt in Deutschland aus dem Fenster guckt, sieht es noch nicht nach Sommer aus. Aber es sollte hoffentlich irgendwann soweit sein. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, solche Sachen jetzt schon zu shoppen. Weil irgendwann sind sie dann einfach weg. Die meisten wollen ja erst kaufen, wenn dann wirklich die ersten Sonnenstrahlen draußen sind. Aber dann ist es vielleicht schon zu spät, weil die Sachen dann ausverkauft sind. Deswegen, falls euch die Sachen gefallen, solltet ihr auf jeden Fall jetzt zuschlagen. So, und dann habe ich noch einen meiner Favoriten reingenommen. Und zwar die 7,8 Crop-Hose, weil ich das vorhin schon angeschnitten habe, dass ich diese Hosen übertrieben liebe und auch schon seit Jahren trage. Auch hier gibt es verschiedenste Passformen. Es gibt ja einmal so ein bisschen slimmer, dann gibt es hier ein bisschen weitergeschnitten. Je nachdem, was eure Style-Präferenz ist. Ob ihr es ein bisschen klassischer haben möchtet oder moderner. Da müsst ihr natürlich schauen. Aber ich liebe diese Hosen übertrieben. Und auch gerade in der Farbe Navy-Blau. Ihr seht das kombiniert mit einem weißen Basic-T-Shirt. Es braucht nicht mehr. Es ist ein simpler Look. Der ist einfach, ich weiß. Aber er ist absolut zeitlos. Den kann man einfach immer tragen. Dazu kann man als Ergänzung noch sehr gut das blau-weiß gestreifte Hemd anziehen, wie ihr seht. Und ihr habt einfach einen coolen, lässigen Look, der sich für den Alltag oder fürs Büro einfach perfekt eignet. Und das waren auch schon alle Teile, die ich euch im heutigen Video vorstellen wollte. Ihr habt gesehen, es waren nicht viele Teile. Aber mit diesen wenigen Teilen konnten wir sehr viele Looks rausholen, was meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Man hat schöne, neutrale Farben, die sich untereinander sehr gut kombinieren lassen. Ihr wisst, das ist immer das, was ich predige. Und hier habt ihr eine schöne Farbauswahl, gute Basic-Layers, die ihr einfach in eurem Kleiderschrank für viele Jahre haben könnt. Und das ist doch am Ende das Ziel, dass man einfach mit wenig Teilen viele Looks hat. Natürlich habe ich alle Teile für euch unten in der Infobox verlinkt. Deswegen, falls euch irgendwas gefallen hat, schaut gerne unten vorbei. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr jetzt noch dem Video einen Daumen nach oben gebt und gerne einen Kommentar da lasst, ob euch das Ganze gefallen hat. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, damit wir uns hier im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.